Vielen Dank für die Einladung. So, dann halten wir mal den Spawn, ne? Oh, wer hat da nicht den Spawn gehalten? Hallo Kater, kannst du mich mitnehmen? Du brauchst doch rein zum Schaufeln nachher. Ja, moin, schönen guten Tag. Ich weiß. Soll ich Spawn nicht gehalten? Moin. Ihr könnt ruhig rein spawnen, das war ein Spaß. Ich trau euch. Ohne euch bin ich am Arzt. Das ist los. Raus aus dem Fahrzeug. Ja, aber es ist ein anderes Wärts trotzdem, weißt du? Es gibt einen Sputloss, kein Slipper. Ich hab drei Haare auf dem Brust, ich bleib. So läuft es hier nämlich. Ach gut, das ist richtig. Das ist richtig. Tee, du stinkt. Oh nein, wir haben die Runde verloren. Und der Assi auch noch hier rein. Wir können den Highcloth nicht verlieren. Entweder auf der Gegend oder auf dem Hangu bauen und wir auch gleich raus. Letzt rein. Raus. Das ist eine super Übersicht. Ich darf machen, was ich möchte. Streety ist mein Laban. Ich würde einen eigentlich in Trümmen bauen auf meinem Brust. Ja klar, würde ich überhaupt behaupten. Ein bisschen wie Charlinien, ne? Alles drauf an. Ein bisschen Rosettenlecker viel. Ja genau. Und zu viel Weh macht das Arschloch. Ja, aber nur Streetys Arschloch. Ja, aber nur Streetys Arschloch. Ich bin ein Bär. Ich schau jeden Tag mal drauf. Es wär nicht mehr. Was geht ab, mein Freund? Halt's Maustre, du kannst nichts sehen. No, no, no. Ja, ich weiß nicht. Ich bin irgendwie immer da. No, no, no. Und dann bin ich wieder weg. Haha. Alter, Anime. Halt die Fresse mal. Sei froh, dass du dich mein Squad bist, Alter. Sei froh, dass du dich mein Squad bist, Mann, ey. Steht Streety hier ne große Nummer hier auf dem Server, oder wie? Na, Streety denkt, er ist ein großer Profi, aber er ist eigentlich nur ein Loop. All das, 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 wo mich die Leute am meisten kennen, ist, dass sie am Anfang wetten, abzulissen, ob ich Minus oder Plus Punkt habe. Okay. Minus. Immer Minus. Minus, absolut. Minus. Ich werd auch 5 Dollar auf Minus. Kack Streety. Die kommt so vorne rein, aber die kommt, äh, okay, ich mag es nicht. Aber Gott sei Dank ist das wenigstens kein Anime-Fan. Anime-Fan? Ja. Immerhin bin ich... Bin ich sogar... Wenn ich nicht die Frau in der Bindung bin. Ich hab 3,5 Dollar mit den Anime-Fan. 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 Sweet, du wirst es nicht glauben, meine Bong ist heute kaputt gegangen. Fuck. Nein. Boah, hast du mit dem Deck gemacht? Nein, kein Problem. Ich bin einfach zum Headshop um die Ecke gegangen und hab mir ne neue geholt. Geil. Geil. Ja. Der kennt mich das. Aber was denkt ihr, was denn so Überlebenschancen hier gerade sind? Äh, 2. 2%. Das finde ich knorkel. Was ist denn hier, du? Achso, wie kann man mit dem dicken Ding hier nicht vorbereiten? Oh mein Gott. Ach, das war geplant. Na klar. Na klar. Sag auch noch mal was hier. Die machen wir alle fähig. Gutes Kommentar. Ja, okay. Alter Schwede, das ist schwer zu toppen. Digga, fahr hier einfach den Berg runter, Mann. Das ist schwer zu toppen, Street, die du weißt, wenn ich meine Hochzeit mit Bullshit-Laberei habe, dann Alter, dann geht's los. Oh ne, das ist nicht jugendfrei, Alter. Ich weiß. Ich hab die Scheiße aufgenommen, wo wir überhitten haben, über den Mond und den Typen damit. Ja. Das hab ich leider nie aufgenommen, Alter. Nicht? Ei. Das ist aber... Aber das kann ich sowieso nicht planen, weil das würde, glaube ich, überall gesperrt werden. Nein. Da war nichts Rassistisches dran. Genau. Hitler mit Poposex. Dann haben wir zu dreiten, über Ziegen picken. Das ist absolut schwer. Und Hühner. Ach, gut. Ach, gut. Und Hühner. Ja, das darfst du nicht vergessen. Das darfst du nicht sagen. Das muss nicht erkennen. Oder nicht gelistet und dann lädst es nur für... Und dann gibst du den Linkern nur, ne, VIPs, Leute. Hä, wieso? Schick den Link einfach an die Gruppe, Sweetie. Schick die hier so ein bisschen auf, bis ich sterbe, was wahrscheinlich in einer Minute sein wird. Ja, der, der am südlich ist. Ja, ich... Sorry, was? Ich bin im Süd, weil in der Süd ist warm und dunkel. Dunkel Deutschland. Ah, aber es war gut für die Gruppe, denn? Nein, ich war nicht aus allem. Warte, wir können keep it if you. Nitu. Ich komm auch zum Main rein. Ich will keine Main. Was schuldest du denn jetzt für ein Fahrzeug, nigga? Offen? Nochi, oder was? Sehr schön. Ist das euer, nirgends, dass ich jetzt hier alleine bin? Nitzel. Ja, das ist unser Ernst. Keep. Alles. Junge. Hier sind zwei Striker, verfickte drei Squats zu gefühlen. Mach das, ja. Kein Problem. Ich kann dir nur sagen, wenn du da jetzt stirbst, wirst du gekickt. Und gebannt. Ich will sehen, wie du mich banst. Ja, vom Spot. Steigt der Rifleman da hinten ein? Ansonsten fahr ich jetzt. Machst du eh nicht. Pussy. Zweiter Striker da. Ja, warum soll ich das? Ich seh die Feindhub, by the way. Ach, der Helfer wollte einfach nur die Idee aus der Feindhub raus. Äh, Scottlead, soll ich den Lodge, den du hast, zurück in die Main fahren und du fährst mit dem hier schon mal los und baust das auf? Check. Machen wir. Juhu. Baa! Juhu. 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 Juhuu. Und du bist auch bereit. Juhu. 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 Judeux. Juhu. 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 Bremse! Fangen wir noch an mit dem Latsch, wir haben noch an mit dem Latsch. Ich hab's für Reinschaft. So ist Gott 4, dann hier nochmal raus bei der Weg. Fangen wir noch an mit dem Latsch. Fangen wir noch an mit dem Latsch. Ey, auf Platz! Wieso denn noch weiter? Wir können uns doch hier platzieren. Das ist die Mäste. Das ist die Mäste. Ja, aber ich weiß... Aber eigentlich suchst du die Munition nicht ausgeladen, ne? Nee. Alter, wie soll ich denn da hochkommen? Warte mit! Let's go! Wenn sie nix sagen, dann komm zu uns hier. Dann komm einfach zu uns. Die werden schon was sagen. Du bist auch ein bisschen Actionarm hier, ne? Kannst hier nochmal ein bisschen... Was hast du denn noch drinne bei dir? 1,8 Munition und 1,2 Baupunkte. Oh ja, das klingt top. Ja, wir fahren... Südlich fahren... Sind wir runter? Du, ich will da nix sagen, aber ich krieg hier Vietnam-Flashbacks. Was? Schon wieder? Schon wieder? Schon wieder? Naja, ich will ja nix sagen, aber deine erste Runde Squad Lead und dann die Map und Invasion und dann... 1,8 Munition. Ja, Leute. Das ist irgendein Fazit. Für den Spot kann ich nix machen. Aber... Kommen wir jetzt überhaupt hier? Meine Fress halt. Ähm, ja. Ja, ansonsten schiebe ich, kriege ich hin. Ja, ich will hier oben nämlich mal so ein richtig lustiger Fernkampf abmachen. Wenn das überhaupt geht. Weißt du was ich schön finde? Ja, was denn? Ja, was denn? Meine Augen. Hm, das glaub ich dir sogar. Weißt du was ich auch schön finde? Hm, was denn? Die Tatsache, dass Lead-Vehicles irgendwie nirgends hochkommen, aber sich in Lochi gerade einen fast 80 Grad steinen Hang hochklettert hat, seinen Tun tut. Naja. Vor allem sollte das eigentlich jedes Vehicle schaffen, ne? Den Weg hier hoch. Auch ein Panzer würde das schaffen. Lade ich hier alles aus. Ding, 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 ding. Ja, wir müssen hier wahrscheinlich einen Hub bauen, ne? Damit wir auch hier wieder spawnen können, falls wir sterben. Warum hatten wir jetzt 13er gebaut? Nee. Ja, die Supplies waren eigentlich nicht für den 13er Highniter gedacht. So. Ich hab dem nur das Mindest gegeben für ne Hub. Dass wir ne Backup Hub haben. Aber wir brauchen hier oben. Naja, das ist nicht so schlimm, sonst kann ich noch ne Runde fahren. Ja, dann fordere halt über 11 ausschließlich irgendwie. Oder mach mal 50-50 oder so, keine Ahnung. In den USA sind das ja Hasco-Blöcke oder Hesco-Blöcke, ne? Echt? Wusste ich gar nicht. Ja, so heißen die Dinger. Und das hier bei den Russen sind Blyatko. Ich konnte hier, du müsstest, wenn du klappt fertig bist, den Logi auf jeden Fall weiter schicken. Weißt du ja nicht, dass du... Du bist aber im falschen Ring, ne? Hier unten. Also ich moin, ich hab den Marker jetzt nicht geändert. Das kann doch auch meine Schütze sein. Spiky. Es ist mir egal, ich hab dich grad schon gefragt. 200. Oh, sorry, hab nicht gedacht. Kirby, Kirby Zone, meinst du? Ja, aber ich komm irgendwo in der Perse Station hoch. Nee, ich danke dir. Yo, 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 kaputt, kaputt, nein! Ja, wenn die jetzt trifft, ne? Sag ich dir. Hm. Wär schon geil. Ja. Schade. Aber, der hat sich bestimmt eingestuhlt. Ich seh diese blöde Dreckzone. Ja, aber das Problem ist, hat der Sniper, ne? Aber wir können es sonst erstmal hier vorne, ja. Hier unten, schau mal, hier ist doch geil, guck mal hier. Check. Ein bisschen da. Wir sollten einmal 2.000 Munition, 1.000 Baupute. Ich weiß, kann das eine Toilette in der Bank sporen. Dann musst du aber echt aufpassen, mit. Warte mal, ich guck mal gleich. Wir bauen jetzt mal eine Tauline und gucken, ob das die restliche Pute wir noch brauchen. Da kommt man raus. Also Tauschuss kostet 500. 400. 400. 700. Ah, 300. Okay. Ja, 1.100. Den Rest alles in Munition. Aha. Also 1.100 bis 30 Minus gerettet? Check. Jetzt ist die Stadt unten clear, sozusagen. Also fast clear. Ich seh kaum noch eine. Wenn das unsere Mäuser sind, dann ist das geil. Der die haben muss raus. Das ist richtig. Das ist weg. Da kommt auch ein Lodschi. Da kommt ein Lodschi. Los komm, wenn du das Ding hier hast, ne? Da ist grad ein Lodschi. Oh, wie viel Grad? Ach, ah, 0.30. Sorry. Sorry. N-Rap. N-Rap. Oh, Top. Ist verstört. Schön gemacht. Ich dachte, das Ding ging rein. Oh, Mann. Jetzt hast du mich damit gekillt, Alter. Seel. No way. No way. Was stehst du denn auch hinter mir? Ich stand bei mir neben dir, Alter. Ja, ja. Ich fahr nicht mehr hinter dir. Meine Fresse. Du willst doch nur wieder eine Ausrede suchen. No, 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 no. Kannst du mal mit einem Heli auch noch mal Supplies ordern? Ich will den richtig reinballern. Na, wie gesagt, der will nicht. Der sagt, das ist hier nicht wirklich nutzlos. Mann, der soll das Maul halten. Der soll resupplyen. Du, Mann, der ist so gut. Das ist ganz nett. Wir haben hier Schwarz-Auchung, etc. Das Tütti-Ball-Scheid. Ich denke, meine Eier sind. Die Adai in Taramon. Die Adai in Taramon. Wieso nicht? Guck mal, der Heli kommt auch gerade um zu. Weil man sowas nicht macht. Warum denn nicht? Weil das Tui ist. Ist das unfair? Doch, mach es. Check. Das macht man halt einfach. Das kostet 500 Moni. Na und? Hab ich hier gerade Schuss in die? Ich weiß doch drauf, Alter. Ah, hab ich auch. Okay, wir haben hier Feinde. Wir haben hier Feinde. Ah, ich wurde rausgeschossen. Mensch, Jung. Bis ich tot bin und könnte Ballern so viel erholen. Ja, die sind ja in der FOP. Einen hab ich erwischt. Aber ich weiß nicht, ob der jetzt... Da ist ein Traitkill war. Ich hab ja noch zwei jetzt mindestens umgegeben. Ja, ich glaube, es war Laufen. Der Schaufel am Radio. Ich glaube, wir brauchen die Supply. Fuck, bin unten dabei. Ich hab von Anfang an gesagt, dass du die Team bist. Halt, wie guschen, Mann. Keine Sorgen. Von Anfang an. Sweetie, hast du am Ende der Runde mehr als 10 Kills? Morgen, wie kommt der Spawn runter? Na, hast du ihn? Mann, ich hab in der Runde nicht mal nen Feind gesehen. Nicht auf mich. Ich hab grad sogar noch jemanden gekillt, Sweetie. Und was hast du getan? Wieder ein Faul im Spawnbildschirm rumgeladen. Ja. Am Arsch. Wir sind hier... Schön produktiv. Hm, natürlich. Aber, ne? Wir sind da... Wir sind da nur zwei da oben. Ne? Das restliche Squad, so wie du, ist der weg, ne? Ich bin Sniper. Ich kümmere mich hier um die Feinde. Hast du sie, Kirby? Einen habe ich, ja. Einen ist hier. Ich weiß nicht, ob ich sie haben. Feindpapier ist gleich draußen. Wenn's geht, so schnell wie möglich zum Radion ist, ist das weg, glaub ich, ne? Ich schauf noch nicht. Oder haben die das Radion nicht gemacht? Check. Doch, doch, doch. Ich schauf halt da schon hoch. Tau? Ich hab ne Tau. Ich weiß nicht, ob der Scout hat nur... Ja, die hat ne Leute hier oben zerstört. Die haben ne ganze Squad drin. Die Tau war bei mir irgendwo. Die Tau ist direkt bei mir. Dann nimmst du Leute raus. Meine Tech-Marker. Tau ist ausgeschaltet, hat zwei Hits, ist tot. Nice. Oben ist's wieder alles gut. Geben? Ja, ich glaube, das ist weg. Hier ist ne Hup. Das heißt, da oben ist noch ne Hup, ja. Er braucht es nicht so groß. Ja, ja, ja. Hier ist auch ein Feindpapier. Kein Niveau irgendwo südlich von dir, liegt einer auf dir da. Mach mal schnell eben. Machst du mir schnell Fireteam Leben geben kann. Schick, dann mach da oben. Warte, hier ist Räger markiert. Hab ich's. Wenn da der Heli runterkommt. Ich such das, Räger, jo. Los, kommst du nicht wieder an, wir sehen wie du das Ding verschieben. Geben! Nice, ich find das gut. Schön gemacht. Ich hab das Radio. Ah, ich bin tot. Ah, weil ich kein Fireteam-Lead habe, kann ich's nicht markieren. Das Radio. Du hast es doch bekommen, du Kackler. Das Radio steht hier. Kenn ich nichts. Die müssen wir pushen, die ist gefährlich. No, no. Machen wir, machen wir, machen wir. Da ist der Commander durch die Biene. Hey. Oh, weia, oh, weia, oh. Das ist alles gut. Ja, geil. Fuck, 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 fuck. Ist nicht genau markiert, aber ungefähr. Was macht man, wenn man keinen Bock auf ne Tau im Gegner ist, jemand von Mörse, die Tau vor Bick. Fopp bei dem Außenmarkt ist übrigens komplett unbewacht. Die ist recht unbewacht, richtig. Da sind kaum Feinde, da sind kaum Feinde, da sind kaum Feinde. Das ist aber doch niemand. Ich muss ihn killen. Oh, danke. Ich hab das sogar eben grad abgeschaut und hab mein Squad Leader nicht das Squad verlassen und ich dann keine Rolle mehr gehabt. Ah, wow. Ja, genau. Ich hab jetzt nicht so gehört. Was ist das? Wollen wir mit mir? Ich weiß, dass ich spiele, ne? Nein, nein. Ey, Sweetie, heute Abend wieder, ne? Mein Schwanz in deinem Mund. Heute Abend Männersauna. Ja, klar, Männersauna. Mach mal, wir machen jetzt hier auch noch zwei Mörser hin. Wie habt ihr die anderen? Wir sind schwitzt. Die anderen Mörser waren auf der Radio. Ich markier's dir gleich genau. Und dann kommt's auf das Radio Mörser. Ja, ich hab einfach mal hier, ihr könnt ihr das erste. Der erste Mörser. Oh, wir haben einen Feind, Infantrie. 3-3-9. Ich kann nicht markieren. Wir brauchen jetzt aber noch einen König der Löwen. Mörter, warte kurz, das will ich auch mal irgendwo hin platzieren. Wir gehen zusammen, ich treff mich. Das ist der König der Löwen. Warte, warte, wo ist das? Feind auf dem Bravo-Mark. Ja, da kommt ein Feind, Infantrie auf uns zu. 0-1-7. Check. Habt ihr hier oben das MG, Freunde? Ja. Wenn wir mal mit dem Fireteam lieb. Ja, deswegen mein ich hau ab. Das wird zu viel. Geh mir, dann kann ich mich nix machen. Hast du so halb fertig. Nice, danke dir. Ja, wir haben ihn abgebrochen, weil wir hier einen Ärger gaben. Die Mörser wurden markiert. Guck mal, kannst du gucken? Nee, das ist 0-7-3 hat er gesagt. Neun, ob du das Hubs jetzt in der Nähe. Kannst du uns da schlafen? Wir könnten mal wieder zum Platz kommen. Das ist doch schon fertig. Sollen wir die Mörser wegmachen oder den Striper? War noch nicht ganz voll eben, aber... Das ist mal die Tau, würde ich sagen. Okay, check. Das Stadio ist nicht exakt markiert. Ich bin nämlich ein Storby. Links von mir ist auch ein Infanterist. Check. Dann warte ich bis ihr da habt und dann... Wollt ihr sonst erstmal auf nördlich von uns mörsern oder... Wollt ihr jetzt erstmal da weiter mörsern? Mörsern auf die Feindmörser. Die ich finde es bitte. Ja. Hast du noch Hubs gefunden? Ich hab mal die... Ja, also die Hubs hab ich nicht gesehen hier oben. Aber ihr müsst halt eine stehen da. Ihr müsst halt eine stehen da. Ja. Gott 11, hast du gerade was zu tun? Oder hast du gerade was zu tun? Oh, wir kriegen hier auch den Schuss drauf? Ich weiß nicht schon... Nein, ich muss raus leider. Unten aus dem Tal. Ah, ich seh's, ja. Da haben wir jetzt leider keine Bede. Aber die Mörser sehen sie nicht. Das MG sehen sie nicht. Doch. Ja. Das einzige was sie sehen würden, ist die Tau, glaub ich. Ja, das ist aber nicht schlimm. Die wissen halt, dass da ne Tau steht. Du hast damit schon Fahrzeug zerfetzt. Hier wird kein einziges Fahrzeug mehr langfahren. Ach so. Ja, wenn du nachher noch Zeit hast... Guck mal, also auf Radio ist auch klar wo mag. ...und du noch 300 Baulopppunkte gebrochen, wenn du so nett bist. Aber ich versuch's erstmal runterzuschaufeln. Ja, ich versuch's dann noch. Danke dir. Gibst du mir Deckung? Der Links von mir? Ähm, ich versuch's. Aber ich bin selber grad unter Beschuss erst gewesen. Warte, wenn du so nett smocken hier. Ja, ich versuch's auf jeden Fall. Ja, ich versuch's auf jeden Fall. A-T. Ich bin am Radio. Check. Wie kommen denn die Mörber? Ich hab alles, vielleicht voll gespielt. Bin down. Okay, du bist tot. Scheiße, ja. Ihr könnt gleich, wenn ich sterbe, auf das Radio-Mörfern hier. Okay, jetzt um euch daumen. Komm mal denn. Da schieß's ein DMP drauf. Auf 1 Mark. Charlie Watch ist ein, äh, Feindinfantrist. Fier, du kriegst auf jeden Fall aus dem Nord-Asten einen einzelnen Schützen. Und wo wurdest du killed? Check. Ähm, ich bin nicht sicher auf jeden Fall. Weiter Nord-Östlich. Wir können auch gleich Nord-Östlich dieses, äh, beide. Jungs, ich möchte euch trotzdem ein bisschen auf das Radio zu mörsern. Jetzt, bitte. Radios sind nämlich im Bleed-Out. Mörsert auf das Radio. Markieren, markieren. Markieren, bitte. Ist markiert, ist exakt markiert, genau. Ist im Bleed-Out, ihr müsstest nur defend'n. Würd gerne wissen, wo das Fahrzeug ist, was uns hier beschießt. Richtung... bei Ihnen ist ein Commander ist es, glaub ich. Check, ich guck. Der ist jetzt am Radio wieder. Äh, deutlich. Mörser kommt. Ja. Zu, zu kurz. Seel, Vorsicht. Ernein. Die Hauptstraße sind lang. Zu kurz, er schaufelt. Das NMG bleibt nicht stehen. Er schaufelt am Radio. Er schaufelt am Radio. Die kommt zu kurz. Also, wie kurz? Mörser auf meinem Marker. Genau auf meinem Marker. Ja, okay. Er schaufelt halt weiter. Ja. Ich glaub, du hast ihn damit. Nee, er schaufelt noch. Er schaufelt noch immer. Die Mörser-Granate ist direkt nicht identifiziert. Das liegt ja nix. Er ist tot. Doch. Radio ist wieder hochgeschaufelt. Und jetzt schaufelt er es wieder ab. Ja, Ripp, Alter. Er schaufelt jetzt ab. Du hast ihn erwischt, glaub ich. Bin mir nicht sicher. Schieß einfach weiter drauf. Ich glaub, ich finde er in der Nähe. Kann das sein? Ich sehe leider nicht diesen Mark, den du gesetzt hast. Was hat denn so mal ein BTR? Äh, ich hab grad nen Mark gemacht, damit ich sehe, wie weit die weg sind. Die schießen mit einem Gs da hoch. Und so. Kann ich noch mal nen richtigen Mark geben hier? Ich renne zum Radium und versuche es zu sichern. Sonst. Ihr habt uns darauf reingestellt. Kann sonst einer mal... Und danach? Kann einer von den Mordern bitte darauf schießen? Obwohl das bin ich. Ich glaub, danach sollten wir in den Angriff gehen. Die kriegen das dann nicht hin. Der Warma 1 und 9 ist komplett verreckt. He, warum bin ich aus nem Spot raus? Tja. Wurde es aufgelöst oder was? ist bist du auch aus die warum das denn war der commander mit uns nicht einverstanden oder was anscheinend das ist auf der flange der und der mord ist gut das sind halt die abends von we love squad die haben noch nicht mal was gesagt ja das machen die das ist wie love squad was erwartest du du deswegen spiel ich eigentlich nur auf we love squad 2 weil sie das von 1 die abends sind so toll wie hier weil du einmal nichts machst so ich bin ganzheit am abhaus nehmen hier oben so was wollen denn noch mehr sonst fragt man nach ziel warum die jetzt das ding aufgelöst haben aber wir können jetzt das radio nicht unterschaufeln wir haben alle keinen schaufel mehr ist das ein dummer scheiß assis locker ist der abend im gegner team und hat uns einfach gekickt damit wir das radio nicht kriegen ja karl ist im gegner team na karl ist cool bei dem restweiß ja mit es ist ein heli die erbachter steht hier halt noch ziel hier steht die ab da ist ab jungs jetzt können wir die ab so blockieren da kommt auch ein heli bäuchter Da steht auch Nocci noch Alter ne, ich geh runter vom Server glaube ich Das ist lecker Der Grund warum das Squad aufgelöst wurde ist weil Namen wie FullHomo nicht akzeptiert werden auf dem Server Watt, da bist du schon seit Wochen, Monaten? Außerdem können sie doch einfach mal was sagen anstatt das einfach aufzulösen oder? Ja eben Ey das ist lächerlich, sorry echt ey An sich verbaut man hier auf Wheel of Squad 1 ey, gib ihm Ja 3D dann geb ich dir wieder Squadly ne? Hat Äh Wenn Jaa Wenn ich dann wieder da bin Ich mein ich hab jetzt hier kein Kit Du kannst es gerne machen, mir egal Denn jetzt hab ich halt Schütze Huawei Willst du auf die Tau schließen? Na schließen wir auf die Tau oder? Siehst du das? Ja 220 3T ey was machst du wieder für uns denn hier Nice 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 Wieso denn ich? Mein ich hab nichts gemacht Ja doch du hast das Squad eröffnet Ja aber das war so Ja das hat ja auch gereicht Jetzt darf noch nicht mal hier ein schwuler FullHomo sein oder was? Das ist ja Das ist ja nichts Intolerant hier Ja Intolerant Vielleicht bist du ja schwul Hä? Vielleicht bist du ja schwul Und das ist Diskriminierung Ich würd nie einfach klagen Wenn es dann neun und sechs Dinge sterben sollte Spawned der Mann Spawned der Mann Spawned der Mann Ich sag ja Das hat einfach diese deutsche Mentalität Die sich irgendwie in eine Richtung entwickeln kann Ja das ist schwierig Ja das ist schwierig Ja das fährt sich von den Amerikanern Und das ist dann noch viel viel schlimmer Ganz hab ich sie cool Also ich spiel aber und so auf amerikanischen Server Und was da abgeht ist einfach wird Ist einfach so viel geiler Ja wo ähm Sweetie ist mein Mann Ja und ich verstehe sie Und was wir unser Squad aufgelöst haben Ich muss gut hin Weil wir haben auch schon zwei Kinder Und was wollt ihr denn? Jetzt darf ich das Rifleman spielen Gib alles Gib alles Junge Ja Alter Rifleman Müll Vorsicht Sweetie vor dir unten ist einer Rifleman ist halt voll der totale Müll ey Nice Die Tau ist auch schon wieder rausgenommen Bitte wiederholen Halt ich komme Kann dein MG sehen Ob die Mörser im Stand kommen Ist da auch direkt das Radio? Da ist noch irgendwo einer Vielleicht gerade gespawnt Ich hab das Radio nicht gehört Ich hab das Radio nicht gehört Wir kriegen Mörser rein Unser Radio ist wahrscheinlich gleich weg Die Jattwart weiter oben haben oder? Ja In der Hand Ganz kurz Ja Ganz kurz Ja Ganz kurz Oh meine Ladies and Gentlemen Ich bin mal raus Ich hab Bock mehr Ja auch viel Spaß Das ist eigentlich auch nicht fest Ich bin mal raus 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 Habe ich ja ganz vergessen. Ich mach 7, schick den Logi bitte auch an die Devons noch mal ran. Mach ich halt dich und guckst einfach irgendwo hin. Vielleicht haben wir Glück überleben das so. Aber nicht auf den Schwanz. Na, ich muss noch mal Arschkappeln. Mann, da war grad nicht. Unter uns, unter uns, unter uns. Jetzt geh ich mal nach oben. Was machen wir? Das war doch der hier oben, der in die Pfote, oder? Warte, ich guck kurz in die Sicherung. Ja, er ist genau 9 und 9. 10, das war das bei euch. Ich hab ihn schon einmal geändert. Warte, ihr habt noch ein paar Sekunden. Ja. Ist er? Du hast ihn? Nice. So, jetzt schnell hoch. Top! Ja, ne? Könnt ihr auch mal was machen hier? Nicht nur am Boden liegen. Ist die Hub hier unten bei meinem Rufmacher akkurat? Ich wollte den Rücken freigehalten, indem ich die abgeholt hab, quasi. Genau. Ja, aber du wirst auch mal ein bisschen Spaß haben, ne? Leute töten, morden, lachen. Ich hab grad nicht, weiß nicht von denen. Ich hab gehört. No, no. Jetzt sind wir aber ganz schön bei den Abseits, ne? Hehehe. Hehehe. Aber jetzt können unsere Fahrzeuge wenigstens mal ein bisschen vorrücken, hier. Ja. Wir können ja auf die Angriffsflagge gehen. Ach, scheiße, wir verlieren gerade Agri-Culture. Okay. Ja, leider. Ja. Ja, weil wir unsere Fop da nicht mehr besitzt hatten und da jetzt irgendwelche anderen Noobs rumspielen. Ne, na, weil wir komplett aufgelöst wurden. Ey, man hört die Feindmesser von hier. Die sind direkt Norden. An der anderen Seite vom Fluss. Ja. Können wir auch mal einen Besuch abstatten. Wir haben noch Tickets und von daher, bis wir da sind, ist das Spiel hier quasi fast vorbei. Ja. Dann kam halt zweimal noch. Ach, das ist schade, dass der hier zu gelaufen ist. Wir hatten auch einen Grad zu fischen. Ja, dann haben wir aber so am Anfang kein Glück gehabt und dann kam auch noch Pech dazu. Naja, noch haben wir noch Tickets, dann können wir die Beisern müssen klicken. Vielleicht kriegen wir noch einen Fop raus. Haben wir eigentlich auch Arz-Hinnery bereit? Könnten wir jetzt auch draufsetzen, da fahren gut. Aber ich hab halt immer noch nicht... Die Tau ist da besetzt, wo ihr hinlauft. Ja, hab ich gesehen. Die haben uns von Weitem schon nicht gesehen. Fand ich gut. Das ist ja die, die dahinterstehen. Hinter dem Mörder. Genau. Ich warte... Ich shuffle das... Ich brauch dann Leute, die das Radio aufschuffeln. Radio ist noch da. Keine, jetzt ist es unbesetzt. Ich hab hier ein bisschen Angst gemacht. Ja, der ist bei der Repair Station jetzt. Ja, der ist bei der Repair Station jetzt. Bum Tor 10 ist ne Hub auf Atok. So, wer messert jetzt den Mörser? Wer will? Kannst du gerne. Wir müssen nur den bei der Repair Station, der geht wieder auf der Tau. Macht ihr den kaputt gleich? Er schießt mal bei der Tau. Jo, jo, jo. Erschießen oder messern auch? Erschießt ihn, erschießt ihn. Okay, ich hab ihn erschossen. Ich hab beide gemessert hier. Ich hab beide gemessert hier. Ich glaub ich bin Blöde. Fuck. Ich schaufel schnell das Radio. Oder so, ja. Ich hol ihn wieder hoch. Die anderen beiden gibt dann die Deckung, okay? Oh, Auto kommt. Auto kommt. Und Teddy. Okay. So, ist eine Stufe runter. Nice. Dann schön verkampfen wir zu. Da hinten liegt ein Lodging. Auf 015. Ich weiß nicht, ob da jemand ausgestiegen ist. Ich glaub den hab ich gehört. Geht alle. Ah, hier bei mir am Radio. Hinter der Repair Station. Zauber. Ich glaub ich hab ihn. Ne, er ist hinter der Repair Station. Jetzt hab ich ihn. Oh, hast du ein Beschuss? Was? 82, wir haben ihn. Squad 1. Äh, Squad Lead, bitte nicht auf. Na, Squad Lead ist noch Medic, weil das alles zwischendurch geändert wurde und unser Squad aufgelöst wurde. Genau. Ich kann leider nichts platzieren. So eine Scheiße. Schade. Oha. GG Jungs. GG. Geiles Game. GG, ja. Na, geht so, ne? Schade. Mit der Einfläger hätten wir noch geschafft, ey. Wir hätten das gewonnen. Wir hätten das gewonnen. Das Wort noch. Was macht ihr morgen? Fluch. Da. Kack. Was macht ihr alle morgen? Äh, und anieren. Kaffee trinken. Naja, dasselbe. Zander. Jetzt. Zander. Nachdem ich die Folge. Affiliate, dasselbe. Und hier. Was macht ihr? Ich bin der Mann. Ich bin der Mann. Vielen Dank.